Leute, seht euch das an! Das ist fantastisch, oder? Die würden mich töten, oder? Wow! Ich weiß nicht, das ist totaler Mist! Ich würde es zerkauen! Das dreht sich! Nein, das gefällt mir nicht! Wir sind am Krankenhaus angekommen! Oh, heute wird's brenzlig! Los geht's! Guten Morgen, alle zusammen! Hallo, Leute! Leute, wohin zeigt unser Navi heute? Auf in den Zoo! Es ist super cool, wir haben unser Video dort gefilmt! Wie viele Jahre ist das her? Fünf Jahre! Vier Jahre! Wo fahren wir jetzt hin? Das ist ein Geheimnis! Nein, das ist kein Geheimnis, wir gehen in den Zoo! Unserer Meinung nach ist das der coolste Zoo der Welt! Denn wir waren schon in vielen Zoos! Im Ernst, das ist der coolste! Mal sehen, ob sich was geändert hat! Sie erinnert sich sehr gut an diesen Zoo! Echt jetzt! Ich will in den Zoo, um die Tiere zu sehen! Ich will nicht auf die Fahrgeschäfte gehen! Sie erinnert sich so gut daran! Sie sagt, dass ich jetzt auf diesen roten Ding anfahren werde! Es ist ihr erstes Mal im Zoo und sie wird richtig große Tiere sehen! Ich bin mir schützlos! Ich bin mir schützlos! Das hat sie draußen! Ich bin mir schützlos! Ich bin mir schützlos!